Hallöchen. So, let's go Leute. Auf geht's, Attacke. In die vierte Master-Promo. Was ist hier nicht schon mal Master? Ich war schon dreimal Master. Actually zweimal. Eine Master-Promo habe ich verloren. Die letzten zwei habe ich gewonnen. Das Problem ist, sobald ich Master hätte, ist es vorbei mit dem Lack mit den Teams. Dann kriege ich die absoluten Trolle, FIDA, Inter sogar und alles drumherum. Einmal eine Losing-Streak, sobald ich Master immer hätte. Das ist halt übelst sad. Ich habe noch nicht einmal in Master gewonnen. Ich habe noch nicht einmal, ich war zweimal Master und ich habe noch nicht einmal in Master ein Game gewonnen. Naja, vielleicht diesmal. Mal gucken. Wir werden sehen. In der Senna Miss Fortune Lane, da bin ich ja jetzt nicht der größte Fan von dem, was ich hier sehe. Aber ich werde einfach Renekton picken, weil Talia Renekton, das sollte dann eigentlich klar sein, worum der spielen will. Ein Dodge. Kann ich verstehen. Schon wieder Last Pick? Oho, 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 oho. Hier können wir tatsächlich Set gehen. Let's go. Ignite, Schenn. Na gut. Kriegen wir hin. Ich hoffe, nur die campen mich nicht. Das wäre das Schlimmste. Schenn mit Ignite und dazu noch Niederlekamp. Das wäre eklig. Hey, we can do this. Let's go. Hecarim erstmal weg. Weg mit Hecarim. In Solo-Q-UP. Nein, ich hab den Q nicht getroffen, er wäre geslowed. Vielleicht hat es gereicht, der Q mit dem kleinen Slow, um den Graves zu töten. Ich hätte einfach dem neben dem Tür chillen sollen, ich hab ein bisschen gepanickt. Ich dachte schon, ich krieg den Q nicht raus und sterb davor, das wäre traurig gewesen. Oh, fucking hell. Wow. Scheiße, ganz vergessen mit der Ultimate, ey. Fuck, das war ja... Ganz vergessen, dass der einfach Legend immer meine Ultimate-Clone hat und der hat ja immer mega. Fuck, das hatte ich irgendwie gar nicht bedacht, Alter. Ich hab nur so gesehen, okay, der hat ja gefühlt gar keine Items. Den kann ich eigentlich machen. Aber das war halt absolut bad. Fuck. All right. Das war's für heute. 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 Und schon wieder kämpfen sie ohne mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich erwarte eigentlich den FF von den Gegnern. Das war's für heute. Gut, shit. Das nervt so hart, Alter. Das war's für heute. 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 Das ist so wild. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, schade. Schade, 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 schade. Leute. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.